Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Venedig, Bella Italia, Planet Coaster, nicht alleine, mit Vitaro. Hallo, 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 ich bin da, ich bin da, hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freu mich auch, du. Ja, ja, hab ich gemerkt. Nach der Ansprache. Ich weiß auch nicht, es kam einfach so aus mir raus gerade. Hat es aber auch richtig Bock gehabt. Ja, ich war lange nicht mehr in Venedig, ne? Also diese Folgen sind ja relativ selten und dann freu ich mich, wenn wir was sehen. Weil es gibt ja noch eine ganze Menge zu sehen in Venedig, ne? Oh, du baust jetzt die ganze Fassade hinten rum, ja? Also wir hatten ja die ganzen Parts vorne, jetzt bist du hinten. Äh, scheinbar. Ich weiß noch nicht ganz, was uns heute erwartet. Ja, warum soll ich denn das wissen? Aber ja, schön. Ja, ja, es ist mein, Venedig ist halt so vom Stand her, wenn ich mir das angucke, wie das Video aussieht, ist ja noch nicht so wahnsinnig viel passiert, ne? Also, klar, es ist schon... Das stimmt. Es ist schon locker ein halbes Jahr her. Ja, es wird mal Zeit für die ganzen Folgen mal zusammenkriegen. Mit einer der Lunge? Deswegen wird das wieder so eine riesengroße Folge, ja? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, riesengroße ist wahrscheinlich übertrieben, aber es wird erinnert von wahrscheinlich zwei Folgen ungefähr, der da drin ist. Deswegen ist die halt auch ein bisschen länger. Ich muss ja ein bisschen was nachholen mit Venedig. Das ist gut, dass ich das immer sage, ne? Ich muss mit Venedig was nachholen und trotzdem kommt es vor, das ist immer irgendwie, ich weiß nicht. Aber wenn sie kommen, dann sind es immer was aufwendiger und größerer Updates. Ja, wie gesagt, ich habe das Ganze ja auch, als ich es vorbereitet habe, es ist schon ein bisschen her, ich weiß dementsprechend auch nicht mehr ganz, worum es heute genau geht, aber... Es sieht aus, als würden wir hinten die Fassaden weitermachen. Für die Kanalfahrt. Also es ist wirklich rein nur für die Kanalfahrt, ne? Genau, genau. Das... Nicht ganz. Das sieht man ja auch von der Backstage-Tour, ne? Das stimmt, so ein bisschen sieht man auch von der Backstage-Tour, das stimmt schon. Also, ja, da ist nicht so wahnsinnig viel Möglichkeit, das zu sehen. Aber das heißt ja nichts. Wir sind ja auch die Ecken besonders, sag ich mal, die man eigentlich nicht sieht. Ja, vor allem deine Räume. Hast du die eigentlich auch mit aufgenommen oder ist das einfach so für dich gebaut? Die nehme ich eigentlich immer recht bewusst nicht mit auf, damit die nicht außer in der Folge landen. Ah, okay, okay. Die muss man schon selber entdecken. Oder, ich weiß nicht ganz, wie wir das handhaben, wenn wir da diese Mini-Touren machen, ob wir da ein paar von den Folgeräumen zeigen oder ob wir da ein bisschen was erzählen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich finde es schon cooler, wenn die Leute es selber rausfinden. Allerdings, wenn wir es nicht erwähnen, werden die Leute danach gar nicht ersuchen. Ja, wir erwähnen jetzt einfach jede Folge. Das ist hier ein ganz hinterfassender Tür. In Venedig kann man kein Mal was finden. Ja, aber nur beim Venedig. Richtig. Sonst würde der Park gar nicht mehr laufen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe tatsächlich bei einem Haus den Innenraum mitgefilmt. Einfach, um das mal zu zeigen. Ich glaube, das war aber auch relativ spät erst beim Haupteingang. Das war hinten, das Haus, was wirklich begehbar ist, ganz hinten. Genau, beim Haupteingang. Ja, genau, genau. Ich meine, das müsste ich mit einer Aufnahme machen. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Aber das dauert ja eher, bis man da irgendwann mal ankommt. Ein bisschen. Ja, ich kann ja auch mal ganz feierlich in dem Kontext verkünden, dass Venedig eigentlich mittlerweile fertig ist. Oh, stimmt. Ja, kann sie erwähnen. Ja, ist das richtig. Venedig ist fertig, ja. Ja, Venedig ist endlich fertig geboren. Das ist, ich glaube, selber nicht so ganz, aber es ist tatsächlich passiert. Und es fehlt jetzt nur noch ein Bereich und das ist so schön. Wenn man das sieht, wenn man das so komplett sieht, dann ist sie da schon schön, ehrlich. Also ich mag unseren Park ja sehr. Ja, der Park ist echt toll. Also er hat viele Nerven gekostet. Immer noch, weil wir sind noch nicht fertig. Richtig. Ja, man kann es, glaube ich, verzeihen irgendwo. Ja, es hat so einen Punkt oder so ein Level erreicht, auf dem man halt so viele Details und Arbeiter reinsteckt, dass es irgendwann einfach anstrengend ist, das zu machen. Aber das Endresultat ist halt enorm gut. Also dafür macht man es halt irgendwo auch doch wieder gerne. Ich weiß es nicht. Am Ende bin ich froh, wenn der Park fertig ist, aber ich bin auch froh, dass der Park genauso komplex und aufwendig ist, wie wir ihn halt gemacht haben. Wir wollen ja halt sowieso eine Steigerung zu Combine Universal haben und das haben wir ja geschafft. Ich will es doch hoffen. Wenn das jetzt keine Steigerung ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber wir haben es falsch gemacht. In allen Bereichen irgendwie krasser geworden. Das auf jeden Fall. Ja, ja. Du hast es ja von Anfang an gut gebaut, also komm. Du hast es ja gar nicht gesteigert, du bist ja auf dem selben Niveau hier. Na cool, danke schön. Ja, ja, gerne. Ich weiß nicht. Das ist mal ein Kompliment, das weißt du. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil das ist so ein Kompliment. Ja, du bänderst besser sich halt nicht. Du bist halt immer so ein Problem, wie es alles so gut ist. Also ich weiß nicht, ob man das so richtig vergleichen kann, weil klar, dass hier... Ja, also ich muss immer schon sagen, ja, also Venedig ist schon geiler als Moko, definitiv. Äh, es ist ja was anderes, ne? Es ist was anderes, aber ich finde auch vom Bauen her hilft nichts irgendwie. Ja, es ist auf jeden Fall viel mehr Details und so drin, ne? Das stimmt schon. Ja, ja. Äh, dementsprechend ist Moko halt auch performanter gewesen und auch schneller zu bauen gewesen, Ich meine, Moko ist in, ich glaube, vier Wochen entstanden, ne? Das ist jetzt, was ist das, zwei Jahre? Zwei Jahre, ja. Das ist schon irgendwie ein Unterschied, das stimmt. Aber, äh, wird ja auch hoffentlich erstmal wieder das letzte von diesen riesigen Projekten sein, ne? Ja, das hoffe ich doch. Ähm, wir haben sogar schon eine Idee gekriegt, äh, Frankreich, ne? Haben wir gekriegt. Ach, stimmt, ja. Ja. Ja, stimmt, das habt ihr auch gelesen. Es ist sehr viel Fachwerk da, also viel, viel, viel Arbeit. Frankreich ist wunderschön, ne? Also, ich wusste gar nicht, es artet irgendwie so aus, wie er die ganze Zeit, die ganzen, ähm, Länder so ein bisschen nachbauen, ne? Ja, es artet ein bisschen aus, das stimmt schon, ja. Ich weiß gar nicht. Äh, das war ja nie der Gedanke. Ich meine, wir können ja so, wir können ja so einen Bereich bauen, also, das wäre nicht in dieser Größe, aber einfach nur so ein Bereich. Das wäre natürlich möglich. Das stimmt, ja, wir hatten ja eh den Gedanken, eher die Bereiche zu machen, statt, äh, ganze Parks, die sind jetzt ja viel zu groß, so. Und in dem, klar, da könnte man sich natürlich überlegen, Frankreich zu machen. Aber, weil, ich finde so architekturisch ist Frankreich wirklich hübsch. Äh, es ist halt mal wieder enorm viel, äh, ja, Häuser und Fassaden und ich, ich, ich bin einfach, äh, weiß ich nicht, ich, 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 ich kann das einfach nicht mehr sehen, ich kriege da Zustände, wenn ich Städte sehe, also, das ist einfach zu viel gewesen hier. Aber, ich, ich muss ja sagen, wenn, wenn es ja kleine Projekte sind, dann, äh, kann man ja öfters mal ein paar mehr bauen, ne, also, das ist ja jetzt nicht so, dann. Ja, also, ich finde auch, wenn man einen Bereich macht und für eine Bahn und die dann schön macht und zu dritt diesen einen Bereich macht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das eher Sinn macht, dann kann man vielleicht auch schneller mehr geschafft und so, ne. Eben, dann kann man dann immer noch was machen. Genau, und Frankreich finde ich an sich cool. Das ist halt die Frage, ob wir Frankreich machen wollen. Vielleicht sammeln wir einfach so ein bisschen Ideen und machen dann, bevor wir das Ganze starten, einfach mal so eine, so eine Umfrage vielleicht nochmal. Genau, so eine Umfrage, was ihr am besten sehen wollt. Ähm, genau. Aber es gibt ja echt viele Sachen, die man bauen kann. Äh, ja. Ich bin immer dafür zu hart, irgendwas, irgendein Thema zu bauen, das ich selber noch nie gebaut habe. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas doppelt gebaut in dem Spiel. Ähm, aber mal gucken, gibt ja genug Möglichkeiten, ne. Ich habe so vieles nicht gebaut. Ja, ich auch. Also, das sind die Möglichkeiten sehr hoch. Ja, wenn du uns überlegst, ne, also, du hast doch einiges gebaut. Ich glaube, du bist von uns der, der am meisten verschiedenes Zeug gebaut hat. Ja, gut, ich meine, jetzt bin ich ja bei Dark Fantasy tatsächlich, aber ich habe, also Dark Fantasy war es, glaube ich, die Grundidee. Ich finde das jetzt gar nicht mehr nach Dark Fantasy. Du hast ja ein paar Kerl gesehen mit Evelyn. Hm, ich bin das Volat. Ja, weiß ich nicht. Also, ich hätte es, glaube ich, noch düsterer gemacht. Ja, ich weiß, was du meinst. Der cool wird der Park schon. So ist es nicht. Aber ich habe mir ein bisschen was vorgenommen. Ja, ich habe mir was vorgenommen. Das ist das Problem. Wir hatten den Park ja eigentlich fast so gut wie fertig, aber ich habe hier dann den kompletten hintersten Teil herausgelöscht. Da war ja bei Evelyn er sauer und dann ging es ja los. Na gut. Aber es geht ja gar nicht um den Park jetzt hier. Der Park wird auch wundervoll. Ich freue mich da sehr drauf, wenn der fertig ist. Der sieht sehr, sehr viel verschwächtig aus. Ja, den zeigte ja. Ich freue mich ja so. Ja, natürlich. Mal gucken, was ihr sagt. Ja, geil. Nur das Beste. Wir sind übrigens hier an einem Punkt angekommen, wo eigentlich die zweite Folge, wenn du so willst, starten würde. Ja, das habe ich schon gemerkt, wo du das schon angefangen hast zu bauen hier. Ja, genau. Wäre das eine eigene Folge gewesen, das ist eben auch eine eigene Folge. Aber es ist halt hier alles ein bisschen zusammengequetscht, damit halt mehr reinpasst hier drin wie eine. Ja, dieses ganze Gebäude könnte eigentlich eine eigene Folge sein, weil es halt echt recht komplex gebaut ist und diese Uhr, die ich hier baue, ich weiß echt gar nicht, wie das Gebäude heißt. Diese Uhr ist schon, die ist echt cool. Gerade in dem Maßstab gefällt die mir echt gut. Ach so, das ist auch fast, dass, gut, das wird ja Folge dabei jetzt. Das ist was, was idealerweise auch im Workshop sein sollte jetzt. Ah ja, ja, ich werde dich dann direkt hochladen, wenn das Video raus ist. Das wäre ein Workshop-Objekt. Aber ich habe mal geschaut, was es da noch so gibt im Workshop. Um halt so ein bisschen zu gucken, wie andere Leute das gebaut haben. Und es gibt, glaube ich, nur ein anderes vergleichbares Haus, das hier repräsentieren soll, das Workshop ist und das ist halt in einem komplett anderen Maßstab gebaut. Ja. Genau, dementsprechend ist das hier wahrscheinlich dann, ja, also wie ich mir mal selber die Anspruch immer setze, so das Beste, was man aufs Team so runterladen kann dazu. Und sich jetzt selbst mal zu viel zu loben, aber es ist schon cool geworden hier. Ich bin sehr zufrieden damit. Ja, wird das auf jeden Fall, kann es auch sein. Das ist eines von diesen kleinen, ein bisschen, äh, ja. Ja, das war ja sowieso unser Anspruch, dass, wenn wir Workshop-Elemente reinmachen, dass es bis dato dann halt das Beste ist. Genau, das ist immer so ein bisschen. Soll uns ja immer so ein bisschen selbst übertreffen. Das ist ja so. Ja, wenn man es schon macht, dann kann man es richtig machen, ne? Ja, eben, eben. Ja. Ja, leider kann ich leider nicht hochladen. Ja, das ist immer so das Problem mit den Teilen, ne? Ich wollte eigentlich auch ein Gebäude, das ich noch hochladen wollte, diese Brücke. Ja. Die große Brücke, die ganz am Schluss kommt, das dauert noch ein bisschen, bis wir da ankommen, äh, die sollte eigentlich ursprünglich, weil die auch angedacht als Workshop-Objekt. Aber als ich fertig mit der Brücke war, dann hatte ich halt, ich glaube, 4400 Teile oder sowas. Boah, das ist natürlich, da kannst du ja nichts wegmachen. Da fehlt ja dann die Hälfte. Ja, das ist echt ungünstig gewesen. Das war echt schadum. Deswegen bin ich froh, weil es ist, was wir halt irgendwie hochladen können. Hast du eigentlich mal wieder probiert, was hochzuladen? Tatsächlich ja. Ja, also ich hab nochmal geschaut und es hat sich nicht wirklich was getan da dran. Schade. Ja. Es ist so ärgerlich. Ja, schon, ne? Also es hätte mich ehrlich auch gewundert, wenn es jetzt einmal funktioniert hätte, aber probieren kann man ja, ne? Ja, klar. Leider hat sich gar nichts getan. Weil letztes Mal hat sich auch einfach von selbst aufgelöst, das Problem. Das stimmt, das stimmt. Das ist aber eigentlich schon ein bisschen her, ne? Das ist schon lange her, ja. Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Ich hoffe einfach, dass du beim zweiten Teil dann... Das war nach Community-Versal, glaube ich, war das... Ne, gar nichts. Das war schon bei der Italia, wo wir das Problem hatten, ne? Ja, ja, ich glaub schon. Das läuft ja schon ein bisschen hier. Das ist ja jetzt kein neues Problem. Aber ja, ich versuche immer so gut, ich kann noch so ein paar Sachen rauszukramen, die irgendwie noch als Workshop-Element funktionieren könnten. Und dich dann damit vollzuballern, damit du die alle hochletzt. Ja, ja, natürlich. Das wäre ja irgendwie schade. Ich hab sowieso noch ein paar vom Platz, da muss ich auch noch was hochladen, ne? Zum Beispiel den kleinen Ticket-Laden da. Ach, den Kiosk da, ne? Den Kiosk, genau, genau, ja. Den muss ich auch noch hochladen. Ja, genau, so ein paar Kleinigkeiten sind da noch mit drin gewesen. Aber übrigens, ich weiß gar nicht, ich hab das gar nicht erwähnt, ob das so klar ist. Das Ding hier ist der Eingang zu dieser Ballonfahrt, die wir letztes Mal gebaut haben. Ich hab mir das Ganze mal als, wie heißt denn das, als gesponsorten Attraktionen genommen und einfach die Looney Bloons, das ist ja eine Marke vom Spiel selber, die einfach als Sponsor genommen für das Ding. Deswegen heißt es jetzt Looney Bloons the Ride. Ah, okay. Weil das sind ja auch so Ballonfahrten, die man da fährt, ne? Ja, natürlich. Macht ja alles ganz viel Sinn. Genau. Ich glaub, ich hab jetzt am Ende nur versucht, daraus irgendwie ein fertiges... Komplettes Gebäude auch rauszumachen. Ja, genau, um das als Blueprint nutzen kann. Ich mein, es sind um die knapp 3000 Teile am Ende. Ich weiß nicht mehr genau, es ist alles schon ein bisschen zu lange her. Ah, schon hübsch. Also die Ecke gefällt mir wirklich sehr gut in Benedikt. Ja, mir auch. Das war so ein Zufallsprodukt. Ich wusste dann einfach nicht, wie ich das da oben bauen soll. Und hab halt random irgendwelche Farben genommen. Aber es ist richtig warm und einladend irgendwie, ne? Ja, die Farben passen sehr schön. Also ich find's auch sehr gemütlich, Dirk. Eigentlich schon fast mit am angenehmsten, kannst du finden, nämlich nicht sagen. Ah ja, es ist schon schön geworden. Und ich meine, ich weiß gar nicht mehr, ob wir jetzt in der Folge auch noch den eingänglichen Bereich hier fertig machen. Ich hab, ist schon ein bisschen her, als ich die Folge hier vorbereitet habe. Könnte sein. Wenn ja, dann kommt hier noch dieser ganze Treppenaufstieg, den ich unnötig kompliziert gebaut habe, oder? Ja, sieht man doch. Ja, das ist ja jetzt alles halb so wild. Das ist ja schon gar nichts Besonderes mehr. Ach so, oh, tut mir leid. Nee, ich hab an irgendeinem Punkt, ich weiß gar nicht, ob man das in einem Video nachher auch sehen wird, hab ich die Wege alle nochmal gecovert, damit das nicht einfach wie so ein Weg im Nichts aussieht. Und dann hab ich halt angefangen, die ganzen Stufen einzeln nochmal zu machen. Das ist halt eigentlich ein bisschen unnötig gewesen. So viele Teile, so viele Teile. Ja, also, ich weiß nicht. Das ist so, glaube ich, das, was für mich eigentlich auch mal interessant wäre, als Projekt oder als Dings mal zu machen. Einfach irgendwas mit möglichst wenig Teile zu bauen. Das wäre mal eine Herausforderung für mich. Vielleicht mal, weiß ich nicht, irgendwie so ein Projekt wie so ein Bereich über eine Achtelbahn zu machen. Das Problem ist aber auch, wenn wir jetzt einen kleinen Park machen, wir wissen ganz genau, wie es ausartet. Wir werden dann noch mehr Teile verbauen, wahrscheinlich. Ja, das ist irgendwie... Also, irgendwo ist es ja sehr cool, weil es echt gut aussieht, aber es ist irgendwo auch nicht so clever. Ich bin so ein bisschen zähgespalten damit. Ja, klar, sieht es halt mit der Struktur dann halt auch geiler aus, definitiv. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was da jetzt der beste Ansatz für ist. Aber ich meine, so wie wir bauen, so von der Natur aus, sag ich mal, würden wir sehr wahrscheinlich einfach immer komplexer werden. Und wir haben ja bis zu dem Punkt hier, zumindest in dem Park, ich weiß gar nicht, ob das allen so klar ist, diese Zuschauer, weil das haben wir einfach seit Jahrhunderten gefühlt nicht mehr erwähnt, dass wir diesen gesamten Park komplett ohne Team Decay oder sonst was bauen. Das stimmt, ja, aber schon lange nicht mehr erzählt. Das ist echt lang her, ne? Das ist ja alles einfach nur das Grundspiel und die DLCs. Da ist ja nichts an Team Decay oder Custom Media oder sonst irgendwas drin. Dementsprechend ist es natürlich auch immer ein bisschen komplexer und schwieriger, was Gutes zu bauen und gerade kleinteilige Sachen. Wie ja so ziemlich alles in diesem Park ist. Ja, Fässer, Kisten, alles da. Ja, alles so hundertfach. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir so wahnsinnig viele Fässer überstehen haben. Ja, aber du hast ja nichts anderes zum Hinstellen. Was hast du denn großartig irgendwas zum Hinstellen, was, sag ich mal, neutral ist? Ja, diese ganzen anderen Behälter halt noch, ne? Diese ganzen Kisten und Vasen und Töpfe. Das ist das einzigste halt. Ja, es ist im Endeffekt, hast du halt immer dieselben, also ähnliche Arten von so Stapeln an Zeug, die überall rumstehen. Das ist ein bisschen schwierig. Also mal gucken, dass so ein... Also ich versuche zumindest da ein bisschen Variation reinzukriegen, aber am Ende hast du halt wirklich oft sehr ähnliche Teile, die überall stehen. Äh, aber was willst du machen? Wenn du die Teile drin haben willst, dann gibt's halt nicht so viele andere Möglichkeiten, ne? Ja. Das ist leider... Leider sehr begrenzt. Ja. Aber ich denke, wir holen da schon ordentlich was raus aus dem Grundspiel, sag ich mal. Ja, denke ich auch, dass wir das aus das Hauptspiel, sag ich mal, alles rausholen. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst noch mehr da rausholen können. Ihr könnt uns das ja gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir noch machen könnten, was noch, was Rufe irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie man noch Möglichkeiten hat oder welche Teile man noch als kleinen Einzelteil nutzen kann. Wäre ich schon neugierig, würde ich sagen. Ja, ich auch. Das ist definitiv. Naja. Das war schon die ganze Folge schon wieder. Mensch, ging ja doch schneller. In den 16 Minuten hat sich erst mal viel angehört, ne? Ja, das hat sich sehr viel angehört, aber es ging tatsächlich gut runter. Ja, es ist echt viel passiert. Das ist halt eigentlich der Ende von zwei Folgen gewesen. Aber gut. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen an alle und vielen Dank fürs Mitmachen, ne? Ja. Und ich denke, wir sehen und hören uns an in den nächsten Folgen wieder. Genau, wir sehen. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüssi. 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 Tschüssi.